Liebe Freunde, willkommen zum Frühstück im BRD, Gulag am 15. November, diesmal schön ausgewählt alles und keine Sorge, wir sind auf jeden Fall auf 10 Euro, das sind alles Mangos und Papayas und so. Ihr seht, der professionelle Obstsalat ist nicht so schön wie meiner. Und ja, meine Oma, die wäre deutlich über 100 gewesen, ich erzähle euch was über sie, sie hat damals im Arbeitsamt gearbeitet, im Deutschen Land und in Schlesien und so. Und da waren so zwei, die hatten diese Ideologie und die haben sich gegenüber anderen deutschen Staatsbürgern, die irgendwie von der Herkunft her eher slawisch, polnisch waren und so, sehr dreckig benommen. Meine Oma hat sich da beschwert und gemeint, das kann sie nervlich und moralisch nicht so tragen, dass man da die Leute so schlecht behandelt. Und ihr Chef hat dann dafür gesorgt, dass diese zwei rassistischen Ideologen sofort an der Ostfront waren, wo sie auch hingehört haben, nicht wahr? So war Deutschland früher, nicht wahr? Anständig, ordentlich und so und gut zu allen. Die Ideen des Deutschen Reiches, einem Vielvölkerstaat, wo die unterschiedlichsten Religionen und Ethnien friedlich und zivilisiert miteinander leben konnten. Das wollte ich noch sagen. Und dann natürlich noch die Geschichte mit dem Trauma der Kriegsflucht. Meine Oma war natürlich in Dresden auf der Flucht in so einem Hallenbad und dann wollte sie flüchten, weil das waren einfach viel zu viele Flüchtlinge in Dresden. Alles war rappelvoll, in einem Hallenbad untergebracht zu werden. Und zwei Tage, nachdem sie dann Dresden verlassen hat, wurde Dresden völlig vernichtet. Und sie hat dann auch Tiefflieger, die versucht haben, sie noch zur Strecke zu bringen, hat sie noch das Weiße im Auge gesehen. Das hat sie so stark traumatisiert, dass sie mit meinem Vater tatsächlich über diese Dinge nicht geredet hat. Nur mit uns, mit den Enkeln hat sie über diese Dinge geredet. Das wollte ich auch noch sagen. Also der Staat, der Staat muss seine Bürger schützen. Man braucht einen starken Staat, um die einfachen kleinen Menschen vor den Großkopferten, sage ich mal, oder vor ausländischen Interessen und Agenten zu schützen. Und ich habe ein Video, das werde ich verlinken in die Beschreibung, wo Sven Liebig, da geht es um eine Geburtstagsfeier, ne? Frank Rennig, Alfred Schäfer, Gerd Walter, Dennis Ingo Schulz und Sven Liebig. Und dann kommen plötzlich in, ich glaube in Jena oder Gera, entschuldige, in Gera, 50 Polizisten und so. Und Sven sagt, Mensch, demonstriert doch mal, das ist doch alles völlig legal. Ja, natürlich, also ich kann euch versichern, meine unglaublich guten Verbindungen und jeder, der also drei Gramm Hirnhaut weiß, die Gefahr von rechts in Deutschland, das ist eine kleine dreistellige Anzahl von Raudis, sonst nichts, das war es. Es gibt eigentlich überhaupt keine Gefahr von rechts und die einzigen wirklich gefährlichen Anschläge der Vergangenheit, das sind Staatsschutzprozesse, die wurden inszeniert von ausländischen Diensten und ja, so einfach ist das. Das ist inszeniert von ausländischen Diensten, denn der Terror ist nun mal ein staatliches Instrument eines totalitären Staates und die Definition des Terrors ist so alt, also die können Ideologen jetzt auch nicht mehr korrigieren. Danke übrigens an den Helmut Schmidt, der das ja auch bestätigt hat, staatlich inszenierter Terror als Instrument der Lenkung und Regierung. Und so schaut es aus, es gibt keine Gefahr hier. Die einzige Gefahr, die hier besteht, warum wirklich alles totalitär wird, ist, dass der starke Staat sich gegen seine Leute richtet. Viel zu leicht werden Kleinbeamten und Polizisten der Beamtenstatus entzogen. Ich finde das nicht richtig, auch wie Söder hemmungslos hetzte gegen Karl Hilz und man soll ihm seine Pension wegnehmen und alles, fand ich nicht richtig. Die Großkopferten oder wichtigeren Beamten und so, bei denen kannst du nicht so leicht den Beamtenstatus wegmachen und das ist in der Vergangenheit auch noch nicht so einfach geschehen. Damit würden sich wahrscheinlich die politischen Eliten ja selber ins Knie schießen, nicht wahr? Aber dass man Polizisten, Kleinbeamten, so leicht ihren Beamtenstatus, da kommt einer und gibt ein Versprechen ab, schwört Treue der Bundesrepublik, die Bundesrepublik verspricht ihn zu versorgen. Das ist die Basis eines Beamtentums und wenn das alles so leichtfertig über den Haufen geschmissen wird, der Beamte auf Lebenszeit und so weiter, dann wird an den Grundfesten im Prinzip gerüttelt. Versteht ihr? Das ist nicht richtig und das ist möglicherweise auch ein Teil einer totalitären Agenda, den Beamtenstatus aufzuweichen und so weiter, damit man eben schön durchregieren kann von oben nach unten, damit eben ausländische Interessen hier besser durchgesetzt werden. Was wollen wir denn machen? Wir sind doch völlig machtlos, wenn die eigene Regierung, früher gab es die immanenten Schranken, das heißt selbst ausländische Staaten, der gesunde Menschenverstand hat dir gesagt, es gibt bestimmte Interessen, die jeder Staat hat, mit denen er europäische Rechte jederzeit abwehren kann. Das ist die innere Sicherheit, die Gesundheit, die kulturelle Identität und noch ein paar andere Sachen. Also alles selbstverständliche Dinge, die so selbstverständlich sind, dass sie nicht einmal niedergeschrieben sind. Darum sind die immanenten Schranken etwas, das du einfach wissen musst oder von deinem Staatsverständnis. Mittlerweile wahrscheinlich so, dass nur noch ausländische Staaten in ihrer Kultur und Rechtskultur Leute haben, die das also im Schlaf aufsagen können, was denn tatsächlich die Schranken sind. Aber was willst du machen, wenn ein Staat hergeht und seine Souveränität politisch freiwillig aufgibt, die Vereinigten Staaten von Europa ankündigt im Grunde genommen, seinen eigenen Beamten auf Lebenszeit im Prinzip einfach das Beamtentum entziehen kann, leicht durch Bagatellen auf Ebene der kleinen Polizei. Ist leider so. Oder wenn damals, ich habe ja noch für so eine Kanzlei damals gearbeitet, wir haben Vorträge vorbereitet für eine englische Kanzlei, die dann auch den Kommissaren im Rahmen der Steuerhomogenisierung Vorschläge unterbreitet hat. Damals ging es dann noch um die Körperschaftssteuerguthaben, Anrechnungsverfahren und Abzugsverfahren und so weiter. Ja, diese Cum-Ex-Geschichte ist im Prinzip sowas ähnliches, nur viel, viel plumper und primitiver und wie schon gesagt, dass also jetzt ausländische Konzerne, die also feste Interessen der ausländischen Geheimdienste vertreten, praktisch überhaupt keine Steuern mehr zahlen, sogar negative Steuern zahlen und mehr von uns bekommen, als sie bezahlen, weil sie nämlich gar nichts bezahlen. Das ist eigentlich schon skandalös, aber das ist halt politisch gewollt. Versteht ihr? Die Staatsräson anderer Nationen hat Vorrang vor unseren eigenen oder vor den natürlichen immanenten Schranken, die eigentlich eine Nation hat. Die Nationen werden umtransformiert, wahrscheinlich nicht nur Deutschland, sondern mehrere in Europa und das sind auch keine demokratischen Prozesse, die da international vollzogen werden und die diese Agenten aussetzen. Dieser Cum-Ex-Heini, der ist jetzt hier Bundeskanzler, der Olaf, was willst du machen? Da kannst du gar nichts mehr machen. Lieber Sven Liebig, die Rede von der Geburtstagsfeier und so, die verlinke ich unten, da wo es hochgeladen ist, aber warum sollte irgendein Polizist demonstrieren, wenn er dadurch seinen Beamtenstatus und seine gesamte Karriere aufs Spiel setzt, nur weil er etwas tut, was er tun darf und sogar angeblich tun muss? Das sind doch die Widersprüche zwischen den Idealen, aus denen wir die Dinge herleiten und der faktischen Realität. Also das sind wirklich die harmlosesten Typen, die es gibt. Frank Rennicke singt Lieder, Alfred Schäfer wurde verurteilt für Videos, die er veröffentlicht hat. Ich habe ja den Prozess mit ihm und seiner Schwester Monika verfolgt und wir haben unsere klaren Schlüsse gezogen. Das ist eigentlich ein 9-11-Cover-Up, wo man die Holocaust-Keule verwendet, um in Kanada unliebsame politische Strömungen platt zu walzen. Sven Liebig hat sowieso noch nie was gemacht, was irgendwie schlimm wäre. Dennis, da könnt ihr euch, also ich weiß nicht, das ist eigentlich ein Künstler, Satiriker, der hat Videos gemacht, Buchrezensionen und so. Und Gerd Walter, bin ich leider überfragt, aber der hat im Prinzip auch nichts Großartiges. Das ist doch keine Gefahr. Die Gefahr, die wir haben, ist durch eine politische Agenda von außen. Der starke Staat, der den einfachen kleinen Mann schützen soll, ist ein schwacher Staat geworden in der Hand fremder Mächte. Das ist das Problem. Und, tja, daran wird sich so schnell auch nichts ändern, kurzfristig. Da werden wir nichts machen können. Außer, dass wir die gute Laune behalten. Und wie schon gesagt, im Islam heißt es, kein Unrecht wird ewig. Und, tja, wenn ein Staat Unrecht begeht oder seinen Bürgern Unrecht antut und sie unterdrückt, auch das ist ein Unrecht und auch das wird nicht ewig werden. Wie auch immer, die Dinge werden sich ändern, denn nichts wird ewig, kein Unrecht. Und irgendwann werden auch die Guten mal wieder siegen. So ist es prophezeit. Und drum esse ich weiter schön mein 10 Euro Frühstück. Oh, der Euro ist wieder über dem Dollar. Hier im BRD Gulag und entspanne mich. Also bleibt frohen Mutes und lacht viel, feiert schönen Geburtstage. Ist natürlich schlimm, wenn das SEK kommt, 50 Mann mit Maschinenpistolen und eine Geburtstagsfeier. Eine lustige, illustre Runde von Leuten, die einfach nur plaudern wollen, miteinander im Privaten stört. Aber so weit sind wir jetzt schon. Also, ich kann das wirklich nur noch als Kasperle-Theater abtun. Ja, es tut mir natürlich leid, um die schöne Geburtstagsfeier, die da vermasselt wurde. Aber ich hoffe, ihr behaltet trotzdem eure gute Laune und macht weiter, Kameraden. Lacht und schaut zu, wie die alte Welt zerbröseln wird. Macht's gut, Leute. Tschüss.